Südlichen Teil der slavonischen Tiefebene, wo sich die goldene Ebene mit sanften Hügeln und Wäldern verbindet, liegt das Ziel Meridiana Slavonica. Die endlos schönen Weinberge laden zu Spaziergängen und Naturgenuss ein. Tauchen Sie ein in die Umarmung der Natur und genießen Sie die einzigartige Schönheit. Nach dem Spaziergang können Sie Spitzenweine lokaler Winzer probieren. In der Nähe der Weinberge befindet sich ein besonderes ornithologisches Reservat, Ribnetsi Jellers. Wenn Sie gerne Rad fahren, ist der Vierkapellenweg die perfekte Grundlage für eine Art Pilgerfahrt auf das Stupnikgebirge. Führt durch ein Weinanbaugebiet und beinhaltet eine Kombination aus Gastronomie und Radsport. Die Fahrt durch die sanften Hügel von Dilgora entlang der Weinberge und alten Kapellen ist ein unvergessliches Erlebnis. Besuchen Sie im schönen Wald von Obrich den Kreuzweg, der in diesem Teil Slavoniens einzigartig ist. Wenn Sie das Fahren oder Laufen satt haben und hungrig werden, machen Sie sich keine Sorgen. Sie befinden sich in einem Gebiet mit einer langen Fischjader-Tradition, in dem die besten Fischsuppenmeister zusammenkommen. Nach einer Erfrischung und Rast geht es weiter zwischen den sanften Hügeln, wo Sie eine echte Überraschung erwartet. Das Öko-Ethno-Dorf Stara Kapella befindet sich in einer geschützten Umgebung, in der die Menschen im Einklang mit der Natur leben. Wunderschön angelegte Promenaden mit alten Scheunen als Aussichtspunkte, die unwirkliche Schönheit der Natur, das Zwitschern der Vögel und das Rauschen des Windes im Blätterdach werden Sie begeistern. In dieser grünen Oase der Ruhe gibt es mehrere Touristenhaushalte, in denen Sie die traditionelle slavonische Gastfreundschaft geniessen können. Eines der für diese Region authentischen Produkte ist die Herstellung von Goldstickereien. Der Verein Geschickte Hände aus dem Gebiet der Gemeinde ist seit 2006 aktiv an der Herstellung von Goldstickereien beteiligt. Die Produktionsgegenstände sind verschiedene Anwendungen auf Volkstrachten. Ob Sie Spaß, besondere Geschmäcker und Düfte der Küche suchen oder die besten Weingüter und Radwege entdecken möchten, kommen Sie zum Ziel Meridiana Slavonica und treffen Sie Menschen mit einem großen Herzen, die Ihren Aufenthalt unvergesslich machen werden. Willkommen, wir warten auf Sie!